Dass man nicht irgendwie diese Deko irgendwie kaputt machen kann oder irgendwas, ne? Na guck mal, hier, jetzt hast du Olga getötet. Ui, 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 hallo? Sehr gut. Ich will wieder weg. Ich hab nur einen Nacktrumpf, na super. Ich auch. Ja, hallo, hallo. Nicht schlecht bei mir. Boah. Na, wie viel lege ich da? Oh. Oh, 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 oh. Das ist ja fies. Oh, das ist ja richtig fies. Nein, 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 nein. Oh, Autsch. Nein. Ich brenne wieder. Ich bleib hier. Hier hinter. Diesmal. Oder doch, ja, komm. Seiner kann da durchhauen. Das ist, ja, kann er. Das ist ja richtig scheiße. Was kommt denn da oben? Ich hau trotzdem weiter. Aber ich frag mich so ein bisschen, was ist überhaupt das Ziel bei diesem Spiel denn? Ich weiß, dass man halt später noch ein Portal aufbauen kann. Mhm. Um an anderen Planeten praktisch neue Ressourcen zu sammeln. Mhm. Um hier, bei unserem Schreien praktisch, äh, im Zeitalter immer voranzuschreien. Okay. Also so wie bei Conan Exiles ungefähr. Ja. Wie gesagt, wie weit das geht, keine Ahnung, das ist ja auch noch in Entwicklung teilweise. Mhm. Ne Glocke kannst du auch bauen. Oder craften. Wofür? Keine Ahnung. So. So, erstmal kommt das Portal jetzt. Das war ja die nächste Aufgabe. So, rohes Fleisch soll ich noch essen. Ich will nicht rohes Fleisch essen. Das ist doch dumm. Ach, das ist fast wahrlich so schlimm. Außer, dass es dir Leben aussieht. Ich find das so doof, dass man das ernsthaft essen soll, wenn man doch weiß, dass es Schaden nimmt. Oder dass man davon Schaden nimmt, ne. Totaler Quatsch. Jetzt willst du ja erst, wenn du's gemacht hast. Dann kommt das hier mit rein. Ich hab keine Ahnung, wofür das jetzt hier ist. Hm. Gut. So ein bisschen Ordnung muss sein. Oh, ist das groß. Ich dachte, das wär so'n kleines Ding. Okay. Okay. Du meinst ja hier schon aufgebaut. Hm. Ja, also. Da ist auch ein Pfeil dran, ne. Da ist ein Pfeil drinne? Pfeil. Ich glaub, der Pfeil sagt nicht wirklich was aus. Ja, doch. Vielleicht, wenn du durchs Portal wieder zurückkommst, dass du dann in Fallrichtung rauskommst. So sieht das gut aus. Dann ist das jetzt... Ja, gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles instabil bei mir. Hier ist alles instabil jetzt. Okay, jetzt hat das... Oh, ich dachte schon, das geht alles kaputt. Ups. Ja. Es ist nicht grad schlau gebaut hier von mir. Ich muss das alles ein bisschen anders hin bauen. Das geht nicht. Das sieht so schlecht aus. Das ist schon echt schwierig, das zu sehen, wie das am Ende hier aufgebaut aussieht. Da hängt das hier wieder in der Luft. Das müssten sie auf jeden Fall nachbessern, dass das so ein bisschen logischer abgesetzt wird. Jetzt hängt er ja auch hier wieder auf halb sieben. Das macht keinen Sinn. Oh! Eine Machete, okay. Jetzt haben wir hier direkt dann diese Tore. Okay. Ja, ich habe jetzt hier die Blitzenfelder. Hm. Das ist ja auch. Die Weiß. Aber der will ja hier so einen Sack haben. Aber kann man auch einfach jetzt hier so die Eier ins Lagerfeuer legen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere das mal aus. Hm-hm. Das ist nicht. Ich bin gar nicht lieber. Okay dann. Süße Fuxis. Ach, hier ist eine Truhe. Sehr schön. Na? Komm, hoch da, hoch da, hoch da. Ach, da hinten sind ja auch noch mal andere Steine. Ja, gut. Ist auch schon auf der Karte da, wie das... Hier unten. Ah, schade. Dafür brauche ich eine Eisenspitzhacke oder was? Was ist denn das überhaupt für eine Waffe? Ah, ja. Okay. So, das ist der Nachreisen. Okay. Mhm. Mhm. Oh. Vielleicht gucken wir uns mal ein bisschen die Gegend an. Also hier hinten ist ja die andere Dungeon. Ach so. Okay. Okay. Ja, aber... Ja, dann gehen wir da doch rein. Nämlich Kugelfahrt. Ach, hier unten ist auch wieder ein Bär. Ich mach mein Inventar gerade bisschen leer. Mhm. Ich muss da noch mal kurz was essen. So, ich bin aber auf dem Weg. Okay. Ich könnte hier... Okay. Ich könnte hier... Ich bin... Ach, ist das Regal. Okay. Ich gucke hier gerade... Du bist... Ach da. Ich muss in die andere Richtung, ne? Also über die... Hast du? Kannst du sehen. Warte, ich muss kurz die Waffen weg. Jetzt. Ja, mit der Spitzhacke ran, ne? Ja, ja. Ich will ihn neu sehen. Schau mal, jetzt mal gleich... Vier, äh... Hirschen, die wir gleichzeitig schleifen. Ja. 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 Jas- Ja. 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 Ach, der leitet dich, oh ja, ich wusste ich jetzt vorher wissen müssen. Zack, zack, zack. Ah, Hilfe! Das war schlecht. Ja, vor allem, wie lenke ich denn das Ding hier? Keine Ahnung. Mh, ok, also einfach mit A, D. Oh, Speed hast du auch. Oh, dann nimmt der aber Schaden, ne? Wenn man auf die Stufen so springt. Oh mein Gott! Ach, das war's schon? Ach so, das war ne Zeit, die abläuft oben. Oh Gott, oh Gott, das fiel echt früh auf. Ja. Das fiel ja echt früh auf. Ich hatte ein Posse rein, um kurz zu springen. Äh, ach so, mit E, ok. Einen Feder und einen Trank, hey. Was für ne Mordstudy. Hm. Da ist jetzt raus mit dem Bären, der schon mal mehr Action warst. Ach, du hast so ne Kappe gemacht. Ja, ist deine Aufgabe, ne? Hm. Hm. Na? Ist dein bester Freund da draus, Lüte? Ah, hör bloß auf. Okay, also der Doppelsprung ist schon echt hilfreich. Na, irgendwann müssen wir nach vorne gleiten. So. Ich hab keine Ahnung, was ich alles angesammelt habe. Guck mal nach. Es fängt an wie bei Minecraft, was für 50.000 Kisten. Und irgendwann sitzt du dann drei Stunden, um das zu sortieren. Da bräuchten wir also 20 Holz und 10 Goldmünzen. Und dann können wir die, äh, anliegenden Gebiete, äh, öffnen. Mhm. Erste haben wir ja schon. Also, einfach ein bisschen Holz sammeln. So. Genau. Ich hab jetzt genug Holz für, äh, beide. Ja, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob wir, ähm, das beide machen müssen. Oder ob das reicht, wenn das nur einer macht. Ich hab jetzt beide offen. Ja, aber ich meine, das ist ja auch im Prinzip schnell gemacht, ne. Mal gucken, ob du die jetzt bei dir auch siehst, dann. Ja. Also Holz hätte ich jetzt auch erstmal genug. Guti. Ja. Ja. Seh ich auch. Dann kann ich ja gleich noch die nächsten freischalten, wenn das okay ist. Die nächsten drei. Ich auch. Ach so. Die nächsten drei geht nicht. Weil, äh, da braucht man dann auch 10 Eisen teilweise und so. Ja. Ja, gut. Ja, genau. Ähm. Ach. Vier. So. Und ich wollte den ein bisschen... ... logischer aufgebaut haben, ja. Weil der so halb in der Luft hängt. Das gefällt mir gar nicht. Hm. Immer noch. Das macht mich wahnsinnig. So. Ich wollte nur kurze Pause machen. Mhm. Und dann in der nördlichen oder östlichen Welt weitermachen. Ja. Ja, dass wir da hingehen. Klingt nach dem Plan. Ich würde mal tatsächlich sehen, ob wir beide gleichzeitig reisen müssen oder aufgetränkte Inseln nicht bewegen können. Mhm. Okay, bis gleich. תודה.